Das LOI relative AL Emploi de la langue française, meist nach dem damaligen französischen Kulturminister Jacques Toubon als LOI Toubon bezeichnet, ist ein französisches Gesetz, das am 4. August 1994 in Kraft trat. Seine wesentliche Zielsetzung liegt im Schutz französischer Verbraucher und der Arbeitnehmer sowie in der Förderung der Vielsprachigkeit. Der ursprüngliche Entwurf sah eine Verpflichtung zum Gebrauch des Französischen im Öffentlichen und Privaten vor. Lehnwörter, vor allem Anglizismen, müssten vermieden und dafür staatlich vorgeschlagene eigens neu erschaffene Wörter verwendet werden. Eine Verfassungsklage wegen des Verstoßes gegen das Recht auf Meinungs- und Redefreiheit erreichte, dass die Verpflichtung zum Gebrauch der Ersatzwörter gestrichen wurde. Gemäß dem Gesetzestext ist beispielsweise der Gebrauch englischer Werbesprüche ohne französische Übersetzung unter Strafe gestellt. Von Kritikern wird eingewendet, dass sich zahlreiche staatlich verordnete und im Amtsfranzösisch verwendete Wortschöpfungen im Alltagsgebrauch nie durchgesetzt hätten und auch wohl nie durchsetzen werden. So wird im Gegensatz zu Weakend die offizielle Bezeichnung Weakenselle weitgehend nicht verwendet. Zahlreiche Beispiele für die erfolgreiche Einführung neuer Begrifflichkeiten durch die amtliche Neologismenkommissionen finden sich aber in der Informatik. So werden in Frankreich ausschließlich die Neologismenordinateur für PC, Logical für Software oder Programm und Material für Hardware verwendet. In Frankreich wird die Eloi Toubon bisweilen spöttisch Eloi Algut genannt, in Anlehnung an den Familiennamen Toubon, der in etwa mit Allesgut übersetzt werden kann. Jacques Toubon selbst wird spöttisch Jacques Algut genannt. Die Medien sind besonders von einem anderen Gesetz aus dem Jahr 2000 betroffen. Demnach sind alle französischen Unterhaltungsmusikprogramme verpflichtet, mindestens 40% französischsprachige Lieder zu senden. Die Hälfte dieser Lieder muss wiederum von neuen Talenten oder neuen Produktionen stammen. Dieses Gesetz hat beispielsweise auch darstellende Künstler dazu bewogen, Single-Veröffentlichungen für eine gesonderte französische Fassung aufzunehmen, um im französischen Radio öfter gespielt zu werden.